Platt, platt, habalap, hab. Ja, wie lüt, ich bin weder unterwegs in Ruhm für Kunst, für ah, lüt. Ja, Kunst im öffentlichen Raum und hüt bin ich weder auf dem Max-Schmelings-Platz und ich hätt mich hüt, auch den Gieser von Gerhard Janensch. Und, jo, was er mit dem Obseg hat, das erzähl ich, jo, noch her nebenbei. Jo, tschüss. Der Gäther oder Gieser von Gerhard Janensch ist von Negentein 108 und Bronze-Mod. Jo, Gerhard Janensch Gieser von 860 bis 930. Und, äh, die Skulptur stünden früher ein Ingangsportal von der Hohrburger Firma Turl in das Lost Road. Der Künstler hat ein Handvoll Plastikentum-Thema Hildwag und Arbeitswelt Mord. As der Firma Turl dichtmord hör, hebt sie de Plastik negentern oder negentig an das Helms-Museum übergeben. Jo, und in der Nähte von das Helms-Museum steilt das jetzt auch. Und nun nochmal auf Hochdeutsch. Gerhard Janensch lebte von 1860 bis 1933 und die Bronze-Skulptur von ihm, der Gieser, ist von 1918. Und die Skulptur hat eine längere Geschichte. Sie stand ursprünglich am Eingangsportal der Hohrburger Firma Turl in der Schlossstraße. Der Künstler hat eine ganze Menge Skulpturen, Plastiken zum Thema der Industrie- und Arbeitswelt gemacht. Nach der Schließung der Firma Turl wurde die Plastik 1990 dem Helms-Museum übergeben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020